Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer Folge von Smite. Hi! Heute spielen wir... Okay, laber weiter. Haben wir's? Wir haben's, okay. Heute spielen wir Iset mit ihrem Maidenskin... Wieso ist der Sound einfach weg? Hä? Hä, was soll das? Ähm... Wieso höre ich jetzt noch den... Pssch, will you? Oh... Okay. Ähm, ich bin verwirrt. Fällt mein Fähigkeiten-Sound auch? Nee, der ist da. Ähm... Okay, bin noch so irgendwie verwirrt. Nehmen wir... Ages mit, weil ich... Okay, mich nervt's grad. Wieso hab ich... Der Sound ist aber da. Ich bin einfach confused. Aber gut, kommen wir mit klar. Weil Musik ist nicht ein Star. Aber... Einkaufssound nicht. Oh, das sieht sehr schön aus. Wow. Hi! Ist gegen Wände? Irgendwas? Nein. Okay, die verschwinden einfach. Aber das ist sehr hübsch. Sehr cool. Ähm... Er kommt, er kommt. Okay. Wir haben Nemesis Sololand. Hab ich... Lange... Schrecklich doch nie wohl das gesehen. Aber guuuut. Machen wir irgendeinen hübschen Special-Mode. Wundervoll. So. Viele alten Götter haben aber wirklich coole Emotes. Also auch mit dem Dance und so weiter. Das schnell weg. Zack. Nice. Okay. Dann... Aber... Der Buff-Sound... Okay, das ist strange. Aber gut. Faster. Okay. Interessant. Ich hoffe mal, dass es jetzt... Äh... Ähm... Besser wird... Okay. Buff-Sound fehlt. Einkauf-Sound fehlt. Das hatte ich noch nie. Das ist sehr, sehr strange. Oh, ist das Janus? Scheiße. Ich dachte, das wäre Nuva gewesen. Den Nuva hätte ich ihm einiges lieber gespielt, als gegen Janus, um ehrlich zu sein. Aber... Gut. Oh, wow. Awesome. Das war... Sehr schön gemacht von ihm. Schade. Ähm... Ich würde sogar weiter fighten wollen. Also einfach nur Minions rausziehen. Perfekt. So. Okay, warte. Dann kleben wir das ganz schnell. Und dann... Äh... Können wir irgendwo hingehen? Aber gut. Ja. Wir gehen einfach hier drüben entlang. Die Free-Respawn-Light, das heißt... Oh, okay. Ich... Ich habe lange nicht mehr mit dir gespielt. Äh... Ich bin ein bisschen verwirrt gewesen. Okay. Pod-Sounds? Was? Okay. Das ist ein sehr, sehr komischer Audio-Bug. Die ich nicht ganz... Verstehe. Um ehrlich zu sein. Okay. Will ich den... Awesome. Aber... I don't know. Das ist... Sehr strange. Okay. Soll ich nicht gut getroffen um ehrlich zu sein? Aber habe ich... Minion-Kill-Sound da? Ist das da? Existiert es? Auch nicht. Enttäuschend. Äh... Das ist... Halt wirklich. Keine Ahnung. War gut. Ist halt so. Okay. Hätte ich das getroffen, hätte ich ihn killen können? Sorry. Das hat... Da habe ich meine 2 verkackt. Äh... Äh... Hab mit seinem Be... Mit seinem... Okay. Mit seinem Beats gerechnet, aber... Äh... Zu früh eingesetzt. Wir hätten ihn easy killen können. Es war easy... Äh... Großer, großer Fehler. Von mir gerade. Okay. Ich... Okay. Awesome. Dankeschön. Dankeschön. Wenigstens habe ich meine 3 richtig getroffen. Aber... Dass der Sound fehlt, nervt mich persönlich... Stark. Äh... Okay. Ups. Das ist halt... Wirklich... Sehr, sehr strange. So. Clean wir euch schnell. Aber... Aber... Auch so verwirrende Dinge, die fehlen. Ich... Äh... Die... Die... Könnten rüberkommen. Weil ich... Glaube irgendwie nicht so ganz dran. Ne, er ist noch hier. Das ist... Völlig ein komischer Soundbug. Ganz sehr, sehr komischer Soundbug. Aber gut. Ignorieren wir das Ganze. Spielen wir einfach so. Ich hoffe mal nicht, dass... Ähm... Bakasura hier auf dich auftaucht. Wäre sehr unangenehm. Ich muss halt aufpassen. Ich habe so wenig Leben. Ich... Äh... Darf eigentlich null... Wirklich groß fighten. Ohne, dass ich... Weiß, dass ich die kehlen werde. So... Äh... Warlockstab ist noch ein bisschen zu teuer. Ich warte noch... Also, ich fight noch kurz weiter. Ich fahre mir noch kurz weiter. Ähm... Okay. Hast du... Du hast einfach den Buff gemacht? Ne, du hast... Das Camp gemacht? Das Gewordet? Bleibt gewordet. Unangenehm. Wenigstens. Nein! Oh Gott. Äh... Okay. Unangenehm. Das war... Sehr, sehr unangenehm. Und ich habe nicht genug Geld... Damit habe ich null gerechnet gerade. Ich hätte... Ich hätte ulten sollen und dann... Ich hätte ulten sollen und dann... Meine... Meine... Meine Fähigkeit einsetzen sollen. Äh... Ulten sollen und dann... Äh... Ages. Das war ein riesiger Fehler. Ich hätte das... Ich hätte das schon outplayen können. Ich habe aber auch nur verkackt. Ich war... Ein bisschen zu schnell in der Situation. Ich habe da nicht ganz nachgedacht. Äh... Das war kacke. Das war definitiv schlecht. Hätte ich definitiv killen können. Oder... Ich hätte nicht killen können. Ich hätte überleben können. Weil ich mir was sehr viel gehalten hätte. Ich hätte ich mir was wussten. Hm. Okay. Bakasura ist hier hinten. Und wardet hier. Wohre ich meinen Ward... Nicht hingepackt... Gepackt. Wieso habe ich den auf Cooldown? Wohre ich gewordet? Ähm... Brudi, was soll das hier? Können wir es mal kurz lassen? Hier, du nervst ganz schön... Hart. Ähm... Okay. Okay, Brudi. Alles super. Dein Typ auf deinem Lame wurde gerade geheilt. Ich weiß jetzt nicht, wie worth it es ist, dass du mich hier so nervst. Aber gut. Äh... Ich habe damit wirklich kein großes Problem. Ich farm hier einfach ganz gechillt. Okay. Was... Geht denn bei diesen Leuten ab, bitte? Äh... Äh... Wirklich? Okay, okay. Schon wieder. Ist doch nicht... Okay. Was soll das denn? Äh... 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 Also... Was? Ähm... What the fuck? Was soll das denn? Ich verstehe das nicht. Wieso sind die zu dritt auf meiner Lane? Und wieso ist Bakasura so oft bei mir? Also... Sind die alle pre-made? What the fuck? Wirklich? Literally... Wollen die mir mein Leben so hart zerstören? Das ist so strange. Äh... Oh Sam... Einfach nur Arschlöcher. Sorry. Einfach nur... Wundervoll. Es ist einfach nur crazy. Es ist crazy wie hart die einfach auf mich drauf gehen wollen die ganze Zeit. Wieso hat er da geult... Wieso hat er da geult... Null verständlich wieso er da geultet hat. Ich hab... Ich hab nicht... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oh... Äh... Aber... Es ist einfach nur frustrieren und nervig hier um ehrlich zu sein. Verstehst du ganz was der Grund ist. Ist Bakasura wieder hier? Ja ist doch... Ja Bakasura ist wieder hier. Es ist halt einfach... Crazy. So... Gehen wir raus. Vielleicht hat er wieder Blink-Ult oder so ne Kacke. Äh... Mein Buff wär sehr cool. Awesome. Haben wir's. Okay. Wundervoll. Äh... Bist du mal reinblinken? Schade. Äh... Okay. Sieht so aus als ob... Okay. Die holt sich jetzt den eigenen Buff. Wundervoll. Oh... Ist das nervig. Also halt literally. Ich versteh nicht so ganz was deren Mission ist. Die wollen mich ja wirklich so... So... Unten wie nur Möglichkeiten. Okay. Ich dachte grad schon... Da wär jetzt schon wieder jemand hier. Dankeschön. Äh... Okay. Wir brauchen noch ein bisschen. Das macht jetzt keinen Sinn. Okay. Habt ihr Spaß? Ich glaube... Äh... Eigentlich muss ich nur warten darauf, dass Makasura wieder auftaucht. Warte. Wieso hab ich Lifestyle? Bring ich's mit Lifestyle? Was ist mit Penetration? Health? Mana? Äh... Okay. Irgendwie hab ich mich grad sehr viel geheilt. Bringt mir meine Fähigkeit selber Lifestyle? Ähm... Okay. I don't know. So. 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 Ich hab kein Problem damit hinten zu bleiben. Weil ich einfach weiß, dass gleich wieder 10.000 Leute zu mir rüberkommen. Das kann ich doch langsam. Deswegen... Äh... Entschillen wir uns hier einfach. Äh... Okay. Enemy missing middle! Be careful left! Ich weiß, dass er langgelaufen ist. Ja. Okay. Sie ist sicher. Er ist wieder hier. Ich hab keine Ahnung. Ich bin einfach nur confused beim ganzen Ziel. Ich rechte an dich jede Sekunde mit Bakasura-Gank. Kabraken ist ein Glück noch drüben. Du kannst hier schön dein Clear haben. I really don't care, man. Haben sie ihren Spaß. Ich durfte Bakasura überleben mit meiner Ult und äh... Aegis. Enemy missing middle! Be careful! Okay, ja. Der ultet ich jetzt rüber. Äh... Ja. Definitiv. Ähm... Der ist tot. Vielleicht kann ich Aris retten. Äh... Wo ist Aris? Aris ist zu lang. Okay. Ist aber angeblieben dann. Unangenehm für ihn. So. Ja gut. Verteilen wir kurz hier drüben. Ich hätte weiter Mitte bleiben können, aber ich bin halt so schnell wie ich konnte rübergegangen. Ähm... Schade! Und... Oh man! Verteidigen wir unsere Lane! Wuhu! Hoffentlich werde ich jetzt nicht abgefangen von irgendjemandem. Ähm... Ja, gehen wir hier hinten entlang. Ich werde... Ich werde jetzt nicht langlaufen. Die sind zu dritt schon wieder da. Es ist halt einfach... Ich weiß nicht was es ist. Es ist einfach nervig. Ähm... Ähm... Mein Buffer ist weg. Ja, ich höre ihn auch schon da drüben. Äh... Schade. Sehr, sehr schade. Ähm... Kann da auch nicht rüber gehen. Ja, keine Ahnung. Wir sind schon wieder auf dem Weg rüber, oder wie? Es ist halt... Einfach nur dreist jetzt auf diesem Punkt. Ich weiß ja nicht. Äh... Das teilt ihr ja weg, oder? Ja, ihr seid weg. Ja, ihr seid weg. Schade. Ähm... Okay. Vielleicht sind wir auch noch zurückgegangen. Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Ich gehe einfach weg. Ich kann mir jetzt... Äh... Was ist das für ein Sound? Ähm... Souljump. So rum. Souljump will ich gerade eher haben. Äh... Und... So haben wir uns... Ja, hören wir doch mal um Health Port. Vielleicht können die wir später was bringen. Let's go in. Was taunted. Ja gut. Ach so. Ah... Ich hab's... Ich verstehe. Ähm... Janos fehlt schon wieder in der Mitte. Ne, die cancel hat. Bakasura ist drüben und gank gleich wahrscheinlich. Äh... Na, der macht... Die machen jetzt... Äh... Ja, genau. Perfekt. Perfekt. Er ist raus. Sehr gut. Gut caught. Hoffentlich. Gut genug jedenfalls. Das... Uh, ich bin auf dem Weg. Äh... Oh, Sim. Oh, Sim. Sehr schön. Kilbracken ist... Äh... Kilbracken stalled die Lane, I guess. Äh... Marku überlebt das. Leute, ihr seid... Langsam. Einfach nur noch... Äh... Nur noch nervig so, I guess. Aber vielleicht ist das das, was sie wollen, so. Aber... Wow. Wie nervig möchtest du sein? Ja. Ähm... Ja, die sind... Die laufen weg rüber. Oder? Ne, sind's nun nicht. Die sind wir da. Okay. Ähm... Ja, holen wir uns auch endlich mal einen Buff wieder. Oh, wir ganken drüben, I guess. Äh... Oder auch nicht? Ich... Will mal kurz... Äh... Oh, fuck die... Das machen sie vielleicht nur wirklich. Oh Gott. Ähm... Ja, der dürfte tot sein. Ach, kacke. Endstuffed! Okay. Awesome. Äh... Wir hätten... Wir hätten... Sie hätte überleben können. Das tut mir leid für sie. Ich hätte aber auch ulten sollen. Verantwortung an schon. Ich dachte halt nur, dass sie da überleben wird. Und was hast du jetzt? Äh... Wundervoll. Äh... Typ verwirrt mich einfach nur, um ehrlich zu sein, ab diesem Punkt. Aber gut. Gehen wir rüber. Holen uns unseren... Äh... Buff. Der hoffentlich noch da ist. Oder? Ich weiß es nicht. Äh... Er ist noch da. Sehr schön. Äh... Janos kann nicht... Äh... Sehr schön. Janos brauche ich selber nicht zu kehlen. Was... Sehr cool ist. Oh Gott. Äh... Diese Runde ist sehr komisch, um ehrlich zu sein. Die Gegner sind einfach sehr komisch. Ich weiß nicht ganz immer, was deren Mission ist. So. Ähm... Die... Ich weiß... Ich weiß wirklich nicht. Ist einfach so strange. Kilbracken könnte gleich auftauchen. Da ist er. Warte ich keine Ult mehr. Das heißt, das Nervigste, was er macht, ist nicht da. Gehen wir raus. Da hinten ist wieder, äh... Bakasura. Was wollen wir denn haben? Ich bin mir unsicher. Äh... Divine Rune könnte... Ja, Divine Rune ist eine gute Idee gegen Bakasura. Äh... Du bist back? Okay. Ähm... An sich... Könnte ich mich jetzt auch auf den Weg machen. Aber auch nicht. Aber ich will jetzt nicht so weit nach vorne gehen. Ich glaube, ich probiere mal drüber zu ganken. Vielleicht können wir die... Nein. Das ist jetzt zu offensichtlich. Äh... Und was... So, guten Tag. So, machen wir das schnell. Achso. Das ist super gelaufen. Sehr, sehr cool. Dann können wir uns auf den Weg... Ne, wir gehen wieder zurück. Wir kaufen uns Divine Rune und dann gehen wir wieder mit. Äh... Also, das ist eine gute Idee. Wir müssen so Zeit richtig nehmen. Äh... Nehmen wir Purification mit. Ich bin da noch nicht so sehr gebraucht. Aber ich denke mal, dass das später nützlicher werden kann. Oder nützlich wird. Ähm... Drüben helfen kann ich jetzt gerade nicht groß. Ich bin froh, dass wir die Nuva ein bisschen unterhalten können. Das ist sehr hilfreich. Oh, ich muss nicht auf den Weg rüber. Sind die unter Tower tot? Oder auf den Weg? Ah... Sind's... Machen... Wenn die jetzt Goldstream machen, habe ich mir eine Ult. Aber die machen eine Tower drüben. Ne, kann ich... Kann ich nicht viel machen. Ich kann's mitte pushen. Und hoffen, dass ich... Erzwinge, dass... Jemand mitte geht. Und... Drüben hilft. Äh... Der mitte hilft. So rum. Janos ist wieder da. Könnte geultet haben. Ernsthaft? Mitte machen würde ich mal einen Buff. Okay, Sura macht mal einen Buff. Ne, macht... Achso, der ist gespawnt. Lol. Ja, gut. Jetzt gehen wir hier kurz raus. Ist okay, Brudi. Ist okay. Haben wir's? Haben wir's. Wundervoll. Hat er einfach meinen Buff bekommen? Äh... Okay. Fehler? So, haben wir's? Also... Schade euch. Ich kann nicht genau sehen. So... Äh... Ich kann's da ja nicht so sehr abbrechen, wie ich... das abbrechen wollen würde. Awesome. Oh mein Gott, was close. Das war halt sehr gefährlich. Das haben wir gut gemacht. Habe ja keine Ult mehr gehabt dafür, aber die brauchte ich nicht vorher. Oh mein Gott, die Gegner sind ein bisschen nervig, wirklich. Also... Wie die spielen, könnte man denken, das wäre Competitive. Wieso haben die mehr Kills als wir? Wieso haben die mehr Kills als wir? Ah, das ist ein... Okay, 3-5. Die Jingwei drüben mit Duel Lanes, das läuft nicht so gut. Aber ich denke mal, das ist... Äh... Es wird schon wieder. Es wird definitiv schon wieder. Gefeiert... Im gefeiertesten ist Bakasura. Danach kommt Danzaburu. Danzaburu ist auch ein bisschen schwerer. Was macht wirklich irgendwelche Competitive, Leute? Haha. So, wow. Okay. Happy for you, I guess. Schade. Haha. Der Yano ist ja auch, also... Oh nein, was machst du schon wieder hier? Nein! Das war jetzt nicht mehr durchgekommen. Ah, der Sound kam sogar durch. Sehr schön, aber... Nein! Okay. Sie ist irgendwo da drin. Ja, natürlich, lass es einfach. Und er ultet. Okay. Hoffentlich ist... Okay, sehr cool. Sehr schön. Okay, aber er ist tot. Definitiv. Okay. Du rennst rein und stirbst trotzdem. Das war definitiv nicht worth it, oder? Oh, wow. Das hat er refueled einfach, wenn ihr könnt. Oh, was machst du denn da? Du ultisest. Du ultisest uns raus. Mach irgendwas. Oh mein Gott. Diese... Oh, wow. Ist die low. Renn um dein verdammtes Leben hinter dir. Dreh dich da nicht um. Oh Gott, bist du dumm. Ja, jetzt bist du tot. Äh... Oder? Ja... Ähm... Der Tower ist... Der Tower ist hoffentlich nicht sofort weg. Den... Den... Den brauchen wir noch ein bisschen. Der kann uns noch ein bisschen hilfreich bleiben. So. Wow, es ist krass, wie oft einfach alle in der Mitte sind. Es ist halt... Wirklich crazy nervig. Ich weiß nicht ganz, wie man das fighten kann. Also, ich kann mich auch nicht da vorne bewegen, weil ich immer weiß, okay, gleich sind wir alle in der Mitte. Das ist immer das gleiche, so. Aber... Okay, ich bin auf den Weg. Äh... Was? Hat nicht getroffen? Oh scheiße. Da bist du wieder. Haben wir es. Na... Wundervoll. Okay. So... Nervt man nicht. Dankeschön. Mich persönlich nervt es geil, dass wir einen... Tank fokussieren. Da. Nimm es das. Sehr schön. Äh... Warte? Okay. Äh... Shit. Okay, er ist raus. Können wir auch retreten? Können wir auch bitte retreten und sie ist tot. Äh... Ich bin getroffen, um halt Speeds. Oder? Ich hätte überleben können. Sie überlebt. Können wir retreten, das ist... Ah, shit. Ich bin nicht getroffen. Ah, Mann. Hab ich es ja eh noch bekommen. Ah, okay. Ich kann... Schwer ist es hier. Janos. Immer noch? Wirklich? Wo die? Äh... Wieso ist mein Tower... Wieso ist mein Tower in der Mitte kaputt gegangen? Die Minions waren doch noch nicht... Wer hat ihn gemacht? Ich bin unsicher. Äh... Schade. Schade. Ja, gut. Wundervoll. Ich bin dann mal wieder weg, I guess. Äh... Ja, keine Ahnung. Janos hat null Q dann auf seinem Portal die ganze Zeit, was ein bisschen nervig ist. Du bist auch nicht da. Gut. Wow. Ah, Soul Reaver ist da. Ich verstehe nicht, wie er mit der Tower gefallen ist, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wer das angepasst. Ich muss mir halt in der Aufnahme nachschauen. Wundert mich nur ein bisschen, weil die Minions waren halt nicht dran. So, da kam die Nachricht erst sehr spät. Ich bin mir unsicher. Jingwei ist mir wieder viel zu weit, äh, außerhalb ihrer Sicherheitszone. Was irgendwie langsam die Norm ist. Was ein leichtes bisschen nervig ist. Okay, warte. Ich geh mir schon da rüber. Helfen wir ihm. Das... Was? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, ich bin mir halt unsicher, wie das Ganze hier enden wird, um ehrlich zu sein. Ich geh jetzt mal weg. Äh, ja. Ja, holen wir Soul Reaver. Danach... Ähm... Ja, ne. Wir müssen uns mal ein Item holen, was... Eine Glyph... äh... Glyph sein kann. Kann... Ich glaub, ähm... Roll of the Houthi. Klär mir die Roll of the Houthi. Das ist eine gute Idee. Ich glaub, das wird mir ein bisschen helfen. Bleiben wir uns back. Äh... So. Roll of the Houthi. Perfekt! Das nervt wirklich ein bisschen, dass der Sound nicht da ist. Es ist halt... wirklich verwirrend. Schaffen wir es da drüben? Zusammen? Ja. Ich glaub, es ist noch gar keine Gold Free aufgefallen. So das erste große Objective, was gemacht wurde heute in dieser Runde, glaub ich. Oh Mann, die Runde zieht sich. Es wird hier ein bisschen dauern alles. So, sehr schön. Okay. Ja, macht da seinen Quatsch, I guess. Äh... Schade. Gut. Sehr schön. Einmal ein bisschen Schaden gemacht. Äh... Eine Gold Free wäre, glaub ich, gut, oder? Weil hier fighten macht mir nicht Sinn. Ja, definitiv. Muss halt aufpassen, dass die mich nicht rauspicken. Wäre sehr gut. Äh... Und wenn jetzt fight-tun zu machen? Niemals, oder? Wir machen fight-tun. Okay. Wir machen fight-tun. Äh... Ist auch recht schnell. Ist unangenehm. Ähm... That's too bad. Das war... Das war... Okay. Gut. Edith ist tot. Äh... Probier Mitte zu pushen. Es ist ein bisschen kacke gelaufen, jetzt um ehrlich zu sein. Dass die den... Äh... Fight-tun bekommen haben. Beste Entscheidung von denen definitiv. Das sind halt... Äh... Ranked Spieler, I guess. So wie das Ganze drüber kommt. Du machst wieder deine komische... Kombo, oder? So, halten wir die einfach kurz weg, damit wir den Tower angreifen können. So, Tower weg, Tower weg. Awesome. Sehr schön. Meine Aufgabe ist erledigt. Ich möchte bis jetzt alle weggehen. Ich hole meinen Damage-Buff. Und dann gehe ich back. Kauf mir dann... Ein bisschen weiter mit der Huthi. Definitiv. Okay. Äh... Ja, der Tower... Drüben ist leider weg. Durch Pech. Oh wow, das habe ich nicht gut gemacht. Definitiv nicht. Äh... Ich brauche kurz Hilfe. Oder... Das schaffe ich jetzt kein Wort. Solange jetzt... Äh... Kann man bitte haben? Solange jetzt niemand ultert oder sowas. Was ist das so... Nämmer... In der Arm verkosten. Kein Nova ultert. So rum. Ähh... Wer ist er denn ein paar für? Er ist down, schade. Aber gut. Ähm... Passiert. Was bringt mir das andere nochmal? Attack Speed, oder? Ähh... Second time with another beat. Seamster Mark Ampour... Okay, das ist auch nicht doof. Weil ich werde ja meistens mal eine 1 mehrere Male hitten, oder? Ich glaube, das könnte auch eine gute... Oh, was machen die da drüben? What the fuck? Wie... Was geht bei diesen Leuten ab? Ich verstehe das halt null. So weswegen spielen die so strange? Wow, das war... Sehr viel Schaden. Kann das das für mich? Doch, ist das für mich. Aber trotzdem, es kommt mir einfach komisch vor. Hier irgendwo ist Janos. Ähm... Will das kurz machen? Ne, tun wir nicht, weil hier niemand ist. Wie viel Schaden mache ich? Definitiv nicht genug, dass ich das alleine machen könnte. Gehen wir back. Ne, okay, gehen wir nicht back. Ich weiß noch nicht, wie wir diese Runde fighten... Wie wir diese Runde beenden wollen. Das ist bisher ein bisschen strange. Wir können das machen einmal schnell. Ähm, wir sind auch schon über 20. Wir können uns genau nix mehr erreichen, hier außer halt vor Item Build. Ähm... Godfrey ist noch nicht da. Enemies sind einfach komplett. Wir brauchen Wards. Ähm... Ja, ich gebe auch back, I guess. Nichts, Mann, wir müssen nicht back gehen. Wir können uns nix kaufen, wenn wir back gehen. Äh, es wäre gut, wenn wir irgendwer die Solo-Land verteidigen. Danach können wir weiter schauen. Bitte. Warte. 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 Sie ist tot. Was macht sie denn? Oder sie ist nicht tot, aber sie bekommt jetzt, glaube ich, ein bisschen... Wir schaffen. Wir brauchen das Glück gehabt. Gut, dass niemand in der Nähe war. Mh, holen wir uns meinen Damage-Buff wieder. Wäre cool, wenn wir das machen können. Oder irgendwer hat das machen. Dann kann ich mir meinen Buff holen. So, schafft... Dankeschön. Dankeschön. Ich wusste nur nicht, ob sie es mitbekommen hat. Deswegen. Äh, okay. Wäre cool, könnte ich ihn treffen. Okay, damit... Oh, wow. Mh, okay. So, machen wir das schnell. Dann kommen sie auch bestimmt, oder? Sehr schön. Awesome. Sehr, sehr cool. Meine Old war leider nicht so gut gesetzt, wie ich sie heute haben wollte, um ehrlich zu sein. So, okay. Okay, sie geht komplett rein. Oder er geht komplett rein, so rum. Kann er gerne machen. Ich bekomme ein bisschen Schaden dadurch. Ist kein Problem. Awesome. Zerstellen wir in den Tower. Äh, beim Weitergehen. Wir können weitergehen. Gehen wir auch weiter. Ja, definitiv. Der kann jetzt nicht gut alleine verteidigen. So, dann dürfte er... Nicht tot sein. Schade. War aber gar nicht mehr so... Wir können weiter angreifen. So. Oh, das ist unangenehm. Ich bin noch kein Ult. Leute, können wir bitte nicht doof sein hier gerade eben. Okay, wir verkacken gerade. Okay, retreat, I guess. Ich bin tot. Ich bin tot. Das war einfach nicht gut gespielt. Shit. Ja gut, ich bin tot. Oder? Bin nicht tot. Ich bin überraschenderweise nicht tot. Sicherheit. Sicherheit geht vor. Definitiv Sicherheit geht vor, bevor da jetzt irgendwer kommt und mich, äh, killt. Oh shit, Jingwei. Nein, lass ich sterben, hab ich keinen Bock drauf. Da werde ich mich jetzt nicht mit einsetzen. Äh, kommst du? Mark provides the temperature of movement speed. Was noch? Ähm. Let's, ähm. Marks kann nicht gut. Okay, das ist eine gute Idee. Prüfen wir das mal aus. Hab ich noch nie ausprobiert. Also, hab ich noch nie benutzt. Mal schauen, wie gut es funktioniert. Ich denke mal, es könnte gut funktionieren mit mir, oder? Also, halt mit meiner Eins und so. Dann sind, äh, Oh shit, okay. Oh my way. Ah, nicht schon wieder. Ist ein Problem. Gut. Sie lagen die jetzt aber nicht sterben. Noch einen Kill genommen. Ist, okay, I guess. Äh. Shit. Okay. Definitiv tot. Äh. So. Und das kurz. Okay. Äh. Kommen wir hier raus? Aber nur ein bisschen vorsichtig sein hier gerade. Weil die Gegner einfach weit vor uns sind. Oh man, wir killen uns gerade einfach alle nur gegenseitig. Und wir treten. Oder? Oh mein Gott. Können wir weggehen bitte einfach. Das ist einfach nur dumm hier. Ähm. Okay. Das ist gerade. Sehr gut. Wir müssen weggehen. Oh. Sie ist low. Also. Hat kein Mann da mehr so rum. Wirklich low ist sie ja nicht. Aber, naja. Ihr wisst, was ich meine. Wir könnten die Goldfrey angreifen, wenn wir wollten. War vielleicht keine schlechte Idee. Ein bisschen mehr Gold für uns. Können wir uns das kaufen ein bisschen. Aber die Runde ist besonders. Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Du machst das. Ja. Geben wir den mit. Äh. Wir dürften die Goldfrey machen können, oder? Ich denke mal. Und dass ich Ult muss. Und dass ich Ult muss. Sehr schön. Gut. Äh. Es ist mir wichtig, dass wir den. Sehr cool. Nehmen wir back. Und schon den Postschlaf Power. Äh. Und dann können wir weiter schauen. So. Nehmen wir das mit. Äh. Und wir haben. Äh. Nehmen wir das mit. Und zack. Okay. Noch mehr Awards. Wer macht den Damage Buff. Irgendwann. Also. Wer auch immer einen Damage Buff haben möchte. Kann ja nehmen. Äh. Oder. Gut. Scheinbar. Niemand möchte den Damage Buff haben. Das wäre cool. Würden wir. Awesome. Nehmen wir ihn einfach mit. Würde ich kein Problem mit. Äh. Können wir noch irgendwo. Warte. Wieso haben wir noch nicht den. Enttäuschend. Wieso haben wir noch nicht den. Obelisken fertig. Hach. Wollte ich den Sound die ganze Zeit her. Awesome. Können wir kurz hier drüben was klauen. Ich wollte hier drüben kurz das klauen. Damit wir jetzt einfach den. Buff haben. Wo bist du. Wo spawnst du. Dankeschön. Zack. Awesome. Sehr cool. Vollen Obelisken jetzt. Ah. Haben wir mal ein Siege Engine dafür. Oder. Sondern. Trebuchet. Wäre cool wenn wir den Mitte an Phoenix machen können. Äh. Okay. Wo harten wir hier. Oh. Nice. Können wir mit über. Machen gerade. So. Awesome. Das waren. 1000 Schaden. 1300 glaube ich sogar. Oh. Schade. Äh. Ja. Hm. Retreat. Retreat. Retreat ist eine sehr gute Idee. Oh. Er urtript wieder. Awesome. Und das kurz. Awesome. Sehr. Sehr cool. Da können wir uns beenden. Puh. Sehr schön. Und sie ist fast tot. Das war gefährlich. Sehr cool. Das war eine sehr coole Runde. Ah. Awesome. Awesome. Ah. Sehr. Sehr. Sehr schön. Aber manchmal. Manchmal dachte ich mir. Okay. Gut. Wir sind jetzt in einem competitive game. Wo die einfach hart ausrasten. Und mich einfach nur zerstören wollen. Die ganze Zeit. Aber. Mein Schaden war angenehm. Aber mein Team hat auch wirklich gut gespielt. Außer Jingwei. Besonders Jingwei hat auch okay gespielt. Definitiv. Äh. Würde ich so sagen. Dann sagt man. GG. Oh. Es war eine coole Runde. Lucky Dodge. Was? Lucky Dog? Wenn wir. Ah. Okay. Egal. Wie viel Schaden habe ich denn gemacht? 30.122. Scheinbar hat sie mir eigentlich nichts mehr gemacht. Okay. Interessant. Kein Problem. Das war aber eine coole Runde. Das hat Spaß gemacht. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Auch wenn wir es ignorieren. Wie hart die mich einfach gecampt haben am Anfang. Ist auch wirklich strange. Äh. Ja. Gut. Ähm. Dann würde ich mich freuen. Wenn ihr einen Like da lassen würdet. Abonniert. Falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt. Welchen Goddard ich jetzt nicht spiele soll. Geil in die Kommentare schreiben. Ansonsten. Passt euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.